was geht ab alter willkommen zurück zu fallout 3 na würde ich mal so sagen wir machen weiter ich habe keine ahnung aber ich glaube wir sind irgendwo stehen geblieben also ja er kann auch mit autos fahren die geschichte von cd erfahren wie was soll ich machen und warum ist ja niemand gibt es ja auch fahrzeuge wird ziemlich nice was ist das ist ein stück vom mensch oh mein gott zu blick sind wir unten lang gegangen der medic habe ich wasser was bringt sie steht also ok 28 gott was gerne habe ich immer so hart aufgepasst weil wenn du da mal was verkackst ich denke du bist einfach mal so teilenlos ja diese patron haben wir das ist sehr gut warte mal rauf uff ey das ist die die dass wir untergegangen sind so also wieder lang kommen ich hoffe es sind keine feinde da und ich hoffe es kommen auch keine mehr ich habe kein bock aber gibt schlimmere nämlich daran zu verrecken als schade ist wenn ich hier reinkommen können das ist eine dekoration oder schweb bot war nie eigentlich nichts zu tun ich meine sehen auch dass er keiner mehr ist oder doch so ich freu mich die müssen noch mal aufgeladen werden oder nicht ich werde lebt in seinen film und ein komm ich da lang sie nicht so aus aber junge ich will jetzt keine umwege gehen weil wurde oh ja oh no oh no bitch verpässt dich alter ich habe ich schlag die ganze zeit zu ne boah voll in die fresse alter du dreck zombie geh drauf du fieb bitch ja ja was ist das für viel warum hat das kohle bei oh man diese kleine missgeburt alter ich will die schmutziges wasser wieder reingehören oder oh yeah what warte mal was seit wann und wie lange hält das an die strahlung da habe ich mir verstanden hey bro lol ich lieb's ich lieb es ja oh wow 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 ich dachte ich bin unsichtbar ne den scheiß bin ich ja hier wo muss ich lang ich konnte sofort seitlich an der ende der map bin nudeln ich bin schon so eine nudel hä sag mal jeder sieht sick aus das sieht richtig geil aus ich spawn jetzt einfach dicker was hä okay jetzt bin ich hier also ich muss nur noch da lang laufen flussschiff anlegen stelle ich war gefühlt am ende denn jetzt schon wieder oh mein gott nirgends wo bist du safe immer will ich irgendwie angreifen also ich nicht aua kleine missgeburt alter ja dadurch hey okay du frotz jünger jetzt habe ich wieder meine munition verschwindet laser gewehr ja mikroforsitz und nirgends wo bist du sicher nirgends wo okay wie gesagt wir gehen jetzt immer gerade aus und ich versuche jetzt zu überleben betonen diese versuche war doch nicht hier doch auf der anderen seite nein die scheiße und gehen wir nicht offen sagt du frotze verpiste ich will doch nichts von dir du kleine schlampe sollte ja natürlich will ich den anvisieren wenn ich die andere anvisieren ganz ehrlich hallo war verdammt voll daneben das ist so das ist irgendwie zersplittert ja pech die kommt kommt ganz einfach pech diga ich lege mich nicht mit denen die schon also pech kann man verticken ähm schlagring tschuldig alter der die hat hier hätt ich übel weggebombst hohohoho den geb дней level erhöht 6 punkt verteilt ich die sicher auch mal ein bisschen rein ballern medizin habe genug reparieren kleine wohnen es mit dem hacken outdoor energie die hauels auch endlich ab jetzt energie fertig sagt weiter die mama auf verständnis und mit dem museum kannst du ja aber schief gehen gott ist könnt ihr plündern aber hier nehme ich brauche ich nicht ich habe auch keine ahnung was wirkt also positiv auf meine gesunde passt das gar nichts schick schick hier im see gemacht gab wie scheiß aus schulpatronen wir können mitnehmen nein 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 obwohl das aus wie nuka cola das wollen wir nicht mit medizin da bin ich immer dabei bei schulpatronen bin ich auch dabei die brauchen wir nicht und bei meistens immer so die schwersten dann verballerst du so keine 20 30 dietrich und was ist drin ne richtig was ganz schlechtes was du direkt fünf bilder auf dem boden liegen siehst ist meistens immer so muss aber nicht so sein und nein da geht es runter ich muss hier darüber vorbeikommen glaube ich habe ich habe einen anti-dingsbums schutz eigentlich hallo verkaufst du ich will ihm jetzt zwecks an richtig ja ich bin nicht klar hallo hallo tach bin hier müssen zu verkaufen aber ein paar dinge können sie besser verkaufen als ihr den ganzen weg nach megaton zurück zu karren killkollkohle sondern sie dort kann man wenigstens mit arbeiten relativ durch sie gleich bleibt das könnt ihr alles andere die große musik mit mikrofusion luca cola op schlau mit der mit pinsel weghauen weg damit schattet zigaretten weg damit schlüssiges wasser modul der sie wirklich glaube ich nicht splittermine weg damit stange zigaretten weg damit ich weiß ich bin jetzt meine aber sorry bro aber ich brauche das darf ich will zum hilfe bitten ok sorry bro aber dampf anzeigen energiezellen dann bekommen wir den typen heute hat warum hat er seine pistole hier liegen in einer verstrahlten welt ach das ist so sinnvoll wenn hier nichts vorbeikommt wenn ihr was vorbeikommt werde ich wer ist denn bitte hier unbewaffnet und nein da kommen die spinnvieh ich bin weg ich will nicht gehen als fette vieler kämpfen komme ich hier nicht anders weg ihr soll mich da hochglitschen was ich durch ja ich muss durch die die von umweg nehmen aber sicher ist auch wichtig hallo das sieht aus wie schreck irgendwie sag mal was mit was kämpfe ich denn hier naja ok ich kämpfe ganz bestimmt nicht mit super mutanten hallo jetzt geht es aber jetzt geht es aber mal richtig so aua spiel nie doch mal hier ja können wir mal ein paar super mutanten alter würde gut tun verdammte scheiße und nein ein bisschen rumglitschen können wir da hoch kommen ok natürlich nicht natürlich ist hier eine ende eine trickswand alter ich würde sagen ich will bis hinten hin und auf die brücke klettern und hier vorbeigehen aber aber die ist nicht kaputt die ist nicht kaputt das wasser ist halt verstrahlt ne obwohl wir haben das risiko dass ich da hinten nicht hochkomme ist hoch ich schwimme vorbei ich schwimme vorbei ich habe angeblich einen anti-dingswunschutz aber naja sehen wir hier nix anti ich kriege trotzdem strahlen uboot uboot oh cool hä bro ich hab doch so'n helm auf naja kann man so nicht verstehen ähm sie umgehen das bitte weil ich würde ich würde zwar mit den feiten da ist gar keine frage aber fand ich nicht mit den billowaffen die ich hab das geht wirklich das ist schlecht ihr habt ja gesehen die zwei schüsse haben irgendwie ein damage gemacht ich weiß noch nicht dass ich getroffen habe glaube ich eher weniger aber das risiko werde ich nicht eingehen oh guck mal wie lange wir im wasser bleiben können wir kriegen nur ein gerad start strahlung interessiert doch nicht ich weiß nicht warum nur den baseball schläger da packt er die knarre wieder ein so das ist so schlecht hier lang zu gehen wir nehmen den reifen mit wir tauschen reifen gegen ich sehe gar nichts warum ist das hier alles so dunkel ich mag das nicht ey der sieht geil aus meinst du kommst du oh leck mich am marsch habe ich wieder schrocken und dahin ist das nächste viel ich geh schwimmen ich meine die rpgs die geht das ist uncool so was ist nicht kündigen das sah aus als ob da unten so ein eingang wäre aber naja bleibt mir ja weg alter also gegen der rpg kannst du nichts anderes na gut das ist aber so eine starke waffe sonst ist es unfair und jetzt kommt der nächste jetzt will ich in der idee vom wasser bleiben aber ich sehe doch gleich die schüsse kopf wird wenn euch im gang wir können ja immer noch einspringen wird es nicht noch ich bin da ich bin da ich habe sie machen soll ich bin da oder ich habe geräusche das ist uncool hallo freunde zu verkaufen entdeckte rival city willkommen erschöpfter reisender sie sehen so aus als könnten sie etwas entspannung und eine chemische aufmunterung gebrauchen naja ziehen sie nicht weiter ich bin doch kopf lieferant feinster medizinischer waren und chemischer hilfsmittel wie kann ich dienen er will ich zuerst in den kopf schießen und ich da raushoben ich würde gerne hören ich biete anspruchsvollen ödland kunden diskretem weg lebensmittel getränke und medikamente ich lindere ihr leid gegen bezahlung ich habe keine oder neun millimetre aber ich organisiere den großteil meines geschäfts mit ernest rowe in canterbury commons ich verstehe kein wort was können sie mir etwas reparieren ich muss jetzt los ah da kommen wir sehen wir doch mal was der gute doktor in seiner tasche hat ja ein bisschen wie kohle also nicht viel aber damit kann man sich arbeiten also dann drehen wir dir mal scheiße an hast du bock ofen auf eine zettelflamme ich gebe dir drei stück davon ist mir egal ob du bock das war es ich hab kein scheiß mehr aufgesammelt mikroversionszwelle brauchen hier lande der kam für die aktuelle hecken schützen gewähre akkamer energie zählen weg bis verschläge ich würde sagen macht dich doch nicht pleite was kannst du mir denn geben medics die sind wichtig die sind wichtig zwischen dem pack davon über sechs mit das kostet wie sehr viel geld ja das war's nicht geben sie mir bescheid wenn sie sonst noch etwas brauchen nö nö so du bist dran ich bin nur hier um die waren zu beaufsichtigen achst du ihr gehört zusammen ja dann tschüss ich werde die trotzdem töten ich werde meine kohle wieder in ja was soll ich denn hier machen das sieht geil aus wie das da leuchtet dann ist ein schiff ich kenne war darauf aber wollte ich ja gar nicht gesehen das wie sitzt hier oben spricht mich gar nicht an kann ich dich töten ich meine schon aber naja ich suche mal dein zeugs hier durch leer ich vergesse ich kann ja so was soll ich denn jetzt hier machen hier muss ich vorstellen was du drecks monster da auf dem schiff lebende ich kann ich krank als wir darauf kommt was soll ich denn hier machen alter so aufgabe die geschichte von der will city erfahren da muss ich ja mit euch zwei du drehen oder nicht jo leute ich finde das jetzt echt nicht ich weiß nicht wie blöd an aber ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten video mit der nächsten mission und ich erzähle euch was hier passiert ist also das ist mir die video ich hoffe euch hat das irgendwie gefallen ja abonniert nicht vergessen das das ist mir die video tschö